Özin! 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 Özin, Alter! Alter Gold! Ich konnte es nicht richtig erkennen, aber so für einen Hauch von einer Sekunde habe ich gemerkt, dass da so ein scheiße Suicunda übers Meer gegangen ist. Ich weiß nicht, ich hab nicht so gute Augen, aber Alter Lan, ich sag dir, das war der. Der schuldet mir noch 20 Euro! Ja, der will kämpfen jetzt. Das ist doch nicht. Der soll nicht! Ich meine, so holt der Suicunda auch nicht ein, wenn er jetzt mit dir kämpft und noch mehr Zeit verschwendet, wenn er sich noch einholt. Unbekannter Özin hat Traumato in den Kampf geschickt. Unbekannte Trainer bezahlen, oder? Unbekannter. Unbekannter. No name! Champ! Natürlich! Man müsste sich einfach mal Unbekannter nennen oder so, und dann irgendwie Unbekannter wurde Champ! Unbekannter Unbekannter! Oder man nennt sich gleich Champ! Gewinnt man dann, dann hat man das Spiel sofort gewonnen! Champ wurde unmöglich! Champ hat kein kampf-unfähiges Pokémon mehr! Champ hat kein kampf-unfähiges Pokémon mehr! Champ hat kein kampf-unfähiges Pokémon mehr! Champ hat kein kampfunfähiges Pokémon mehr! Champ ist... Ich kann so tun, als ob das ein Versprecher war, der eigentlich Sinn ergibt! das sieht nicht gut aus warum kommen die ausgerechnet mit feuer pokémon ja das rasierblatt auf beide ja heuler auf beide was hatten durakard bodyslam vergessen und was hat ich ja noch mal glück das passiert irgendwann noch versehentlich ja ich kämpfe gerade gegen ein taub sie es wird alle attacken ab das war unglaublich gold unglaublich gut habe ich noch irgendwo was zum auffüllen ich hab doch nichts ich hab doch in der edition gar nichts tafelwasser schluck einfach ein bisschen die blumen gießen damit ja ich hoffe wir begegnen uns bald wieder damit ich mich noch mal von den städten lang wenn es wie gut verfolgen wie gewisse mein visa wurde verwirrt ja und statik was ist denn hier ein haus dieser weg führt in die safari zone kann man noch nichts machen dieser weg ist steinig und irgendwie unglücklich zu sein ja aber ich weiß auch warum weil es nicht in wasser will wahrscheinlich wirklich der grund weil es gerade versteht so jetzt mache ich einfach mal ein zerschneider auf eins der beiden geht ja nix anderes gerade so und rad fraz mit hyperzahn ein diese doppelkämpfe jetzt dieser fluss verwirrt und setzt zerschneider ein und es ist nicht tot aber pokémon redstone pokémon lapis lazuli was das irgendwas aus minecraft wir wissen es nicht nein wir wissen es leider nicht ja schade ich habe hier verfluchter uns näher ist es eigentlich nur die frau darum exorzisten gibt es glaube ich nur in dieser edition beziehungsweise in dieser generation ja feuerwirbel obwohl die in der zweiten generation heißen die grüß medium ja irgendwas mit medien das sind medien gestalter mit dem haben wir noch mein versprecher mit neben ein verschreiben mit medien gestalter geschalter ja ich habe mal in den chat geschrieben medien gestalter also was ich mit medien gestalter meinte war maya maya ist medien gestalter oder ja und dann wird es nicht gestalter und ich kann es mir zurück ins meer gestalter oh gott ja kommt der kämpfe ja natürlich leiten wird leiten enten bettel ja enttäuschend enten enten dieser fluss verwirrt und hat sich endlich mal selber verletzt oder endlich ist gut äh galoppa ist paralysiert das kann ich angreifen das ist mein tafel wasser für dieser flora aber momentan ich hätte ja schön kaufen vor dass er auch anders machen können du musst dich erst aufhören bevor du schwimmen gehst ja na und mache ich aber nicht mehr tonuktu wird uns genug auf steht ja auch immer in unserer nähe und dieser flot sich vorwärmung selbst verletzt grigori ich glaube die schwimmer die männlichen schwimmer haben meistens so russische namen grigori ja vielleicht weil er der größte schwimmer von schwimmhausen ist dann ist das ja so haben wir auch schon kenne ich zumindest noch mal hier noch galoppa ist noch übrig so ich meine ach nee ich kann nicht das ist ein trainer kampf ok wie der sammelt wickelt sich zu dieser knurz das schlafen nicht wow dieser fluss nicht mehr verwirrt und setzt zerschneide ein ich bin begeistert da oben bist du auch gerade begeistert aber was in die blöcke ja ich weiß ja ich merke schon so übrigens haben die ist immer noch am lieben und kriegt jetzt ordentlich level er ist karpador dann horne irgendwann kannst du sogar mehr punkte dieser floh einsetzen mensch wenn ich irgendwann mal vielleicht eins von ihnen richtig hochlevelligen werden soll die agenten müssen zu fangen dann hast du eine gute auswahl ja ansonsten wo war nämlich einfach immer ein pokémon darauf läuft ja momentan sowieso hinaus lena und uwe uwe und was legen so die lena meyerland ruf zahlen dass wir wahrscheinlich kein trainer bettel aus günther und ula fahren werden ja das wäre cool naja gut das wird ja schnell zu kokona jetzt nix mehr drücken und homilio ist zu kokona geworden ich kann ja mal ich kann ja wenn ich schon mal am pc bin ach nein das sind in der falschen edition mist also da kann ich mich wieder heilen lassen das ist ja schon mal schön ich darf nicht vergessen noch mal in rot irgendwann du weißt schon ja da so was zu machen das feld da so war und dann eben noch da geht es jetzt runter oder hoch und dann ich gehe jetzt ich gehe jetzt erst mal heilen und dann muss ja nicht du kannst du auf diesem feld auch auf latschen wenn du willst was nein ich nicht in moment ach so ich bin da falsch gelaufen ja deswegen ich wollte ich wollte im grünen in ein pokémon center das war's ach da war ok ja so pokémon paradoxen und logik ja ja das ist du hast sushi die langweile vertrieben war ja das kann man vielerlei in vielerlei hinsicht deuten oh man so pokémon ea pokémon activision oh gott und dann gibt es die mega version davon die dritte version davon das ist dann pokémon wie hieß denn das noch mal obis oft ja ja genau stimmt die großen drei pokémon nintendo und pokémon sony pokémon kinet das wäre doch was so ich muss ja noch hier weiter das hatte ich ja voll vergessen ich brauche ja noch das silvescope von grün ja also von der grünen glattgrünen version moment kann ich hier flüchten ja kann ich gut so dann will ich darunter und mich heilen lassen ach man jetzt kannst du dann beim leuchtturm hoch bei silva na warte mal ich kann ich denn eigentlich hier runter und da rein ein alt polo ich will sowieso kein alkohol so ich will in den leuchtturm hier will ich in den leuchtturm so ein prollo das wäre was für jose oder rüsi ein alt polo so komme ich hier bis ganz hoch nein ich glaube nicht dann muss ich doch wieder also rum ja oder bist liefst du halt lieblich kuppeln gut die so hier wird geheilt und jetzt muss ich hier noch weiter zack 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 so okay dann habe ich es vielleicht da noch einfacher als in dem anderen pokémon baden krämpfe und verspannungen mit der spitz die erzte edition magnesium mangel die erzte edition pokémon auch noch ein bisschen die erste die die erste edition und zwar mit bb und farin urlaub präzter so wird jetzt bin ich schon in zwei fahrstühlen gefangen überall fahrstühlen ich glaube nicht ach da ging es ja auf sogar beim anderen leuchtturm leuchte auswählen mich da raus ja ich weiß schon versehentlich so und da bin ich wieder im fahrstuhl was kann amt mit dieser medizin geheilt werden ja auch mal neidrück dann schulds wahrscheinlich so hier ist erst mal das dann so glurak benutzt glut dem 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 oh man die rocke finanziert mit pokémon der finsteren pläne ja nimm mir das bitte nicht übel ja das hat gerade so gut gepasst hat Giovanni sagt das und dann das Min nimm mir das bitte nicht übel ach ist doch egal wenn ich dir Geld sammeln will mit finsteren plänen da so ne moment so rum muss ich hier jetzt runter ja da musst du runter ok denn da kommt dann gleich die treppe da kannst du hier hoch ah ok zack da lang pokémon köstritzer schwarze und pokémon flensburger ah da ist es ok jetzt sind wir hier an der gleichen stelle zumindest schon wieder oder sehr gut aha das ist sehr schön simultan das hat ja ewig gedauert ja aber bei den anderen ist es leider nicht simultan ich finde es gerade sehr schön den vergleich wie am voraus bei hartgold aussieht und wie es bei dem aussieht ja das ist doch fast das gleiche das ist das gleiche verwende ich sogar dasselbe ok äh rasierblatt ah hier 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 geht der kampf gegen Giovanni übel schnell vorbei so äh ich bin achso ich bin hier fertig jetzt muss ich einfach nur runter droppen so und bei dem anderen kann ich einen fahrstuhl benutzen ist ja geil ja da machst du einfach mal die unkündigende methode und springt es einfach runter ist ja nix dabei ja nee das ist ja auch richtig so soll das ja ne ich stelle mir das nun gerade im real life vor wenn du einfach ins nächste stockwerk wird es einfach runter ja aber hier kann gamma das mache ich auch fertig zum Glück ist es noch nicht die sechste gen sonst würde das können auch noch angreifen na wann endet der so viel eigentlich eigentlich hätte ich ja langsam mal hunger also das wäre so ein gutes zeichen dafür dass man nicht zu viel weitermachen sollte ja aber andererseits ich weiß gar nicht was ich noch essen soll oder wo ich noch was zu essen ja jetzt eine bar so jetzt machen wir hier erst mal die hier fertig du weißt ja ja müssen wir dahin musste nicht das ist gerade nur bonus machen okay ja jetzt gibt es den schlag aufschlag mit den arena leiter jetzt geht es mit dem hier gibt es gar nicht naja ich sag mal so wir haben ja so viele arena leiter da kann man ja auch mal schlag aufschlag machen ja harte geht auch schlag aufschlag gemacht er war ja auch kampf ja man ich dachte ich kann mich da irgendwie drumrum drücken so und das lustige ist ja natürlich moment magnetilo kommt in den kampf dann würde ich sagen wollen wir doch wenigstens noch ist ja wie ist das jetzt eigentlich ist sie da auch alleine die ist immer allein ja gut so was nehmen wir denn nehmen wir bis es bis gut ich glaube nicht wie ich mir wirklich ich bin einfach immer das glaube ich das schlechteste da immer ein surfer drauf und einfach ja aber keine wirkung gut surfer und glut gegen nebulak dann passt das schon so ich bin immer noch in untergeschoss 4 und ein trainer ja gut da hat sich eine erbarmt doch mal rein zu gehen nee nee das ist kein ich hoffe du gewinnst was die feuern mich an auch nicht schlecht also extra also um zusammenzufassen sie hat extra eine person angeheuert nur damit die wir zu jubeln kann das ist lieb ich hätte gerne jemanden zum der mit zu jubelt hatte von diesem typ schon gehört ja von dem guy der typ du kannst keine weiteren alter sein habe ich noch irgendwelchen will ich habe ein sonderbonbon das könnte ich eigentlich mal habe ich noch eins nein das ist das erste wohl naja dann nehmen wir es mal für durack erreicht ja hier das wird jetzt einfach warte mal jasmin ist schon besiegt und vorbeigehen und haben wir es mal eben gemacht ach man ja hoch ich bin champion das sehe ich schon kommen oh noch ein level up ja krass ey es gibt auch nochmal eine feuerattacke ja es kriegt auch noch ein level up alle kriegen ein level up ja